das ist zu weit entfernt treiben wir mal an ach ja da war ein bisschen der Eimer er macht ganz schön wundersagen gut ich gebe auf ich gebe das nehmen sonst Verbesserungsmarke sind zu schimpfens Ausrüstung ich muss ja liebe Freunde das habe ich mir den Schnittpunkt nicht gemerkt das doof ne wow ich habe einen abgenutzten Stahl cool warum ist wieder so kann ich nicht annehmen mir ist wieder eine Fliege in in meine Lüfter geflogen so man muss so trinkt ich muss ganz dringend muss ich muss ich da jetzt hör nochmal auf du blöde Fliege verrückt versuch doch nicht rauszukommen ich muss ganz dringend einen neuen neuen Kompressor holen seit ihr seht denn der Wienloch da hat versprochen dem ihr den Ringen Krieg gegen die Brennlinge und zu helfen dass sie in der Tat gute Nachrichten leider bleibt nur wenig Zeit zum Feiern es muss noch so vieles erreicht werden so wird beim Aufhängen gebunden benutzt beschwört ein geringer Elementar wie ein Champion auf Missionen begleitet warum es Ordens Artefakt macht wird bei Aufhängen gebunden achso das kriegen wir alles alles cool das cool kämpft mit dem Stil klassisch ich finde die Säule Erschöpfung schließt Questerbündnis nicht zu abschließt den ersten das ist mein erster das ist mein erster erster Meilen Stall das ist ja das ist super so das war 300 Artefakt macht ich kann nicht nur mitmachen könnte könnte was achso ihr könnt keine was so das war auch Artefakt macht es gut das war Seelen Champion Ausrüstung achso auf jeden Fall das hatten wir jetzt hier können wir uns noch mal was abholen so wo sind die 60 Minuten noch gar nicht her so Seid herzlich gegrüßt Winterlotz Donaran hat den Vortex Gipfel zurückerobert aber nicht alle seine Untergebenen sind ihre neuen Anführer wohlgesonnen in seinem Königreich gibt es immer noch Unruhen und scheinbar sind es vier es vier Vesayan die sich gegen ihn auflehnen Nebulon Zebra Arte und Tumulos soll sich Donaran auf den Krieg gegen den Brennio konzentrieren wir schicken unseren Championen im Himmelswald gegen diesen Feinde zähl schließt vier Missionen Donarans Feinde ab nehmen den Weg den nur wenige gehen Möchte ich doch mal eben gucken Das ist das ist schon mal eine Kampagne mhm 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 mhm. Wo muss ich denn dafür wo muss man dafür hin so hä? achso, 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 achso Ich sage das Licht euch umarmen. Die haben immer so ein bisschen, ne, russischen Akzent. Felin, ja, Füria hat sich uns kürzlich ans Herz von Asalons angeschlossen. Sie leitete die Rekursierung und die Ausbildung eurer Erdenrufer. Ich würde euch empfehlen, so schnell wie möglich mit ihr zu sprechen, scharf sie ja zu. Die Erdenrufer sind mächtige Schamanen, die unsere Streitmacht enorm verstärken können. Ja. Möge eure Familie gesessen. Ja, ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Moment, ach so. Wir können ja mal eben aufsitzenieren. Ich rein jetzt erst mal in die Richtung und dann können wir uns da auch irgendwie man anschließt. Das ist eine kleine Spielchen, da habe ich noch nicht verstanden. Ich bin ja ehrlich. Ah, da. Seid herzlich gegrüßt. Ja, schön, euch zu sehen, scharf sie ja. Wir haben viel zu besprechen. Ah, du Scheibenkleister. Viel ist immer schlecht, finde ich. Nimm den Weg, den nur wenige gehen. Wenn wir die Maltstrom-Säulen wiederherstellen wollen, müssen wir die Essenz der Luft erfüllen. Dafür wird eine große Menge Miseralex-Sens benötigt. Miseralex-Sens erfindet ihr bei vielen Elementaren der Vortex-Gipfel fort. Und wenn ihr mit einem Vorrat an diesen Elementaren Existenz zu mir zurückkehrt, kann ich mit der Wiederherstellung der Maltstrom-Säulen fortfahren. Samt tun wir mal ein bisschen. Na toll. Das heißt ja für mich gleichzeitig, also, äh... Ich will den haben. Der ist so süß. Ich will den haben. Ich versuch's mal. Der ist so süß. Der ist so süß. Ein Schneebiss. Öfft er den an? Der haut mich ja direkt runter. Der nimmt ja gar keinen Schaden. Der nimmt ja gar keinen Schaden. Verringert jegliche Erlebnis-Schaden um 50%, weil er Elite ist. Das ist doch gemein. Das ist doch... Das gibt's ja nicht. Das gehört verboten. Das gehört auch verboten. Aua! Aua! Ich will tauschen. Ich will den haben. Ich schwör's. Ich will den haben. Hör auf. Nein, nicht. Nein. Mein Möhrchen. Gib mal lieber die Möhrchen. So, Flug der Verdammnis. Fünf Runden. Gut. Die werde ich wahrscheinlich eh nicht mit ihr überleben. Ich will... Meine Möhre ist tot. Das war eine seltene Möhre. Alter! Sag mal! Spinnst du oder wat? Was geht mit dir? Ja, ich glaub nicht, dass... Alter! Halt... 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 Keuer zu... knapp? Ich glaub' ich Hab mich und mich Hauptschimpfen. Schüttelschaft. Also... Es wird knapp. hearschaft? skills ja 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 wir haben ihn wir haben den Schnee bis glaube ich oder aber den Krieger den dann dafür eure Beute Schnee wird ja die ich den dort schnell ist noch mehr Haustiere neuen Erfolg die Prügel ist hier okay Schamannlehrerin soll ich auch mal irgendwie aufsuchen Moment ich bin ich bin gerade aufgeregt tut mir leid so ist man wieder blieben hier wo ist denn der wo ist er Schnee bis ach der ist Level 1 da nur oder was so ich hab jetzt gedacht wir hätten hier voll den seltenen oder so Schnee bis Vertrauen und ich dachte jetzt und ich dachte jetzt Gegenstand Stufe 1 aha so ich dachte mir jetzt auch Elite wie das Viech gerade das ist ja ein bisschen stimmt mich ja jetzt ein bisschen traurig ne was hat sie denn noch für uns hier die Agra sagt was ihr denkt Agra muss ich nicht eh aufsuchen Moment in der Vergangenheit habe ich meinen Ehemann Goel auf dem Weg der Schamann geführt Goel ne ist äh für alle die es nicht wissen äh aber bei seiner nächsten Prüfung ist es ach so da muss die Feuerprüfung ach so ach so wird aber seit der nächsten Rüfung allein gestellt was ist mit euch was ist euch was ist euer Weg werdet ihr euch zu den Naturgewalten entwickeln die all ihre Feinde auf dem Schlachthändel hinweg fegen oder zu einer Quelle der Weisheit die ruhig und besonnenen Willen der Geister erfüllt oder zu einer heilenden Kraft die Leiden Leidende lindert und die schwachen Hoffnung gibt hört gut zu zu wie ein wahrer Schamane ist all dies auf einmal erweitert einen Horizont äh äh Horizont ihr lernt schnell Scharfseher Zunri die Elemente Moment ja gibt hier gerade was das sollte nicht so sein Zunri die Elemente sprechen durch euch so eine Verbindung ist selten in der Welt wahre Schamanen müssen viele Pfade beschreiten für jede Rolle braucht es die richtigen Werkzeuge nur mit dem mächtigen Waffe können wir die Legion besiegen vielleicht ist es eine Zeit nach einer weiteren zu suchen sprecht mit mir damit wir die Option erörtern können sprecht mit Agra um eine eine zweite Artefakt äh Artefakt auszuwählen das ihr suchen wollt ach so ne das äh möchte ich eigentlich jetzt aktuell noch gar nicht das können wir mal so nebenbei demnächst machen was ist denn da jetzt das schnitt sie hallo m Arto behalten sein hat günstige über und habe ich jetzt von dem trupp Was kann ich da wieder hin? Achso, uh, äh, ja, ne, ist klar. Ich bin so klug heute. Ich bin so klug. Was kann ich für euch tun? Ich habe schon auf euch gewartet. Die Erdenhofer sind bereit, eure Befehle auszuführen. Jetzt? Achso, cool. Trupps rekrutieren, äh, rekrutieren. Wie lange braucht das denn? Achso, alle, alle rekrutieren. Cool. Ja, natürlich. Äh, achso. Äh, da müssen wir wahrscheinlich wieder da zurück hin, oder? Sag mal, nur ein Mistral von der Windelmelle, das Elementaren, im Vortex-Gipfel von das Portal im Herzen von Esser zum Vorfeld. Ja, wenn es denn sein muss. Ich weiß jetzt nicht, ob wir direkt, äh, 100 zusammenkriegen. Ja, ist ja gut. Ob wir jetzt wirklich 100 auch zusammenkriegen, wie ist denn das hier? Ja. Ja. von Runde folgen mir wenigstens es ist so einer 100 davon oder wird so nachmachen vor allem sind wo sie die ganzen Viecher machen voll ganz viel sind mit neuen leute müssen es ist natürlich ein bisschen doof dass die die Quest mehrere machen wie doof e aber hier hier die die können wir noch ziehen einfach mal nein es kommt natürlich alle warum frage ich eigentlich warum frage ich eigentlich ich komme ein nach dem anderen ziehen nein kann man nicht das ist aber gemeint mir den jetzt zu klauen ach du bist auch wahrscheinlich ein allianz oder so das ist so ganz normal für euch habe ich jetzt nicht laut gesagt was so da und gleiche kleins aufnahmepreischen liegen hier hallo wo sind hallo Alle So Äh Wie sieht er nun aus? Komm da haben wir noch mal ein bisschen mitruf Das ist ja gar kein Thema Das machen wir hier mal jetzt Hoffentlich gehe ich dem nicht auf den Sack dabei Aber das ist mir egal Achso So So Hallöchen 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 Doch Da ist er fähig in Hallo Wie geht's dir? Wie steht's? Wieso komme ich hier nicht weiter? Ich weiß nicht wo du bist Ich bin im Wortex Gipfel Oder auf dem Wortex Gipfel Das ist so ein kleines eigenes Reich Der Windsucher aus Kataklysmen glaube ich Kommt das eigentlich Und da muss ich gerade auf Bewältigen Alter warum sehe ich denn nicht denn ich fast schon Dicken damage bin Hopla und man sollte natürlich aufpassen was man macht So als Info Oh 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 Aber sicher kannst du Hilfe 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 Einlösen Ich bin außer Reichweite Wortex Gipfel Wortex Gipfel Mitfolge damage Da hab ich gar nicht Dann mitgekriegt Na echt Oh jetzt hat er den natürlich Ah man Kann ich hier nicht luden Ich brauche unbedingt 100 Mistral Essenzen 100 100 Welche machen wir heute Ja Denkungen sind Stangen Hatten wir vor Zu machen Und haben wir das vor Ja Hatten wir Komm ich auch mal mit drauf Sieb an der Saison Voll egal Hattel Sieger Lernse aber alle Verstehen S Wörter Hörter Lernsober die Stimmen 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 so Hörter 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 Nürnzen Wege Kühlchen Voll schlimm Ich muss nun später defended Gn nur angepasst von einer meiner Mitarbeiter in Urlaub ist es doof dass jetzt 20.000 Schamanen hier gerade diese Bequests oder dort machen was ich mache das ist echt ein bisschen doof ja gefühlt das ist die Fähigkeit das echte sonst nix was sind bei dir also ich hab da nichts weil ich muss jetzt hier gerade damit ich neue in der Hand eine verfügbare Quest weil damit ich neue Helfer kriege und so ja ich denke mal das kommt irgendwie wenn ich meine wahrscheinlich nicht mal eine Artefaktwaffe weiter oh hier riecht es voller Essen ich weiß gar nicht wo dran liegt da sind die Machungsfinger weg die sind nicht für dich und gleich mit Zettel es mich oder was nein es mich schreibt doch einfach es mich drauf bitte ah ich hab zwei verfügbare Kürste nur süße ich war so auch zwar nie immer welche ich machen muss aber du musst das ist es nämlich die gleichgewicht leichtgewicht so boah alter die machen so ein Damage die Viecher das gibt's gar nicht ich würde ja gerne einzeln angreifen aber das ist gar nicht möglich ah jetzt kommt noch jemand zur Hilfe das ist natürlich echt feini so ok die nehme ich noch nicht an für die Waffe so so die Pflanzen was denn Pflanzen auch Fleischplanken wo wenn man sich nicht gehandelt ich musste gerade hier Tauren aus dem Grimm Grimto Temps also klar kennst du aus man ja immer so ein bisschen ich gern gesehen der hat wohl bei mir irgendwie Ressourcen geklaut und dann kannst du dann besiegen dann kriegst du eben dann halt Artefakt macht und so ob ich hier war schon gut gemacht ich hab jetzt vor das Problem weil wenn ich jetzt meine Waffe machen möchte ja meine zweite Artefakt sie müssen natürlich mein Dings ändern ja genau dann habe ich jetzt aber kaputt drauf das das ist vielleicht auch so lassen ein kleiner Vorschlag von mir an da ich habe noch mal aber leichter schafft recht schnell ich kann es nicht sagen so haben wir noch mal ich habe gerade mal 37 von 100 mal Strom Exzenz nehmen Mister Mistral Essence aber das sind die fiesen Dinger wieder immer 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 Alter die Bäschen ein runter jetzt bräuchte ich dich eigentlich aber du kommst du hier nicht hin ja ja da rennt die weg Hilfe hallo 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 Kollege du bist ein Hortler wir müssen zusammenhalten danke das das ist das ist das ist das ist das ist Alter gerade mal 40 von von hundert ich muss ich muss näher werden wenn die Begründung hinzu Wilmokau war hoch ich zu weit und sie entfernt ich wollte nur heilen Volker-Nobel-Bild nicht beendet wird den letzten Mann Blutten nicht bestellt weil es nicht mehr was ist die Sohn für eine Schamann größeres er kann ich nur ihnen die anderen für mann die es nicht nur nicht an weil da muss ich ja wechseln genau aber glaube mir um guck mal bei dir in Questlog du hast eigentlich x Kapitel du hast echt noch viele Kapitel ich habe gerade mal eine Auszeichnung gekriegt weil ich ersten Teil von Kapitel 1 glaube ich abgeschlossen hast von deiner eigenen Kapitel aus deiner Ordenshalle muss man bei mir in Twitter kommen ich glaube auch in Questlog und jetzt hier oder konnte erfolgen und abgeschlossen erfolgen ich wollte da ist auf jeden Fall egal und ich habe x x Digger da so ja aber du musst ja auch die Waffen alle hier holen nach und nach aber ich glaube das mache ich dann im Single ja das kann man das kann man immer machen natürlich kannst du die andere Waffen holen aber erstmal solltest du vielleicht das eine fertigstellen sag ich mal ja du kannst sie ja wieder wechseln ja 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 also weil du hast kriegst ja ganz andere Artefakte dann in der Zeit da musst du ja noch eine ganze Scheiße durchmachen und noch mal so ein paar Sachen erlegen damit die ja Artefakt macht A genug hast genau das die alte sind drauf klämmig einfach an deren Seite vielleicht jetzt nicht nix können fällig nicht auf es ist vielleicht auch die auf mops so zack zack aber kein Ziel können sie das habe ich selten und schön mal in diesem Gesicht ja ich muss nicht 100 100 zeus davon 1 1 1 einholen sich nachher wieder mit rande der für meine stoffen also für meine waffe alter mann eigentlich doch kein news trocken hat hier ist so recht gericht sich fest mal ist um ich bin jetzt Prozent ja wir waren Sturmheim Sturmheim aus dem Sturm und nicht mal gucken wo wir da waren und Prozent da wollen wir dann noch was dann nicht machen ich brauche noch ein paar Minütze ich die gleiche Worte mich dann eben nach Dalaran und geht an schon mal ja ja ich brauche noch ein bisschen macht um eine Ruhe weil ich wollte eben zu machen ich sage nur nicht nur ein zu meiner Bank ja da habe ich auch schon sachen ausgelöst ausgenutzt loswerden ich bin zweitauschen kleiner wird die wund man hat gehen und schon mal schon mal 4 7 5 von 100 Alter ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf möglich ist ein Problem Totsdam Armin das Prozent ja man dreht irgendwann mal ein bisschen durch hier nicht wundern einfach und verlieben da ist das ist nicht und gehen noch ein paar Stunden Prozent oder vor Ort so so waren erkannt es wird nachzuhören sich von 100 ich brauche ich abzutunten nicht gehen Bob Beudel hier ist immer der Beutel-Pudel war über einen Hauptmanager so wollte eigentlich jetzt so langsamer schnitt machen hier aber was was ist so denn auch noch ein bisschen glaube ich wie der vortex so hier so gar nicht so und oft so Legenion und so weiter und wie alle heißen so ich vorhin auch schon mal alleine besiegt aber ich glaube da hat er nicht so moves gehabt aber auf jeden Fall endlich mich nicht an diese moves gerade füllen oder? ich bin immer nicht so und heppa und heppa und und Dr. Pepper und aua muss wieder heilen uuuh tadaaa es wird wieder Überlänge da habe ich keine Lust drauf du ziehst aus Let's Play ohnehin hier die Länge ohnehin das Vieh stirb doch stirb ich habe kein Ziel sonst gibt's denn noch aber sicher danke der Nachfrage oh Moment da bin ich wieder voll ausgenossen voll ausgenockt ich bin voll ausgenockt voll ausgenockt und ausgenossen so dass die böse aus für mich werde wahrscheinlich sterben ich habe noch ein Ziel sag mal bist du doof oder was sag einfach ich hab kein Ziel ey Alter 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 so die machen einfach immer so derbe wumms die Viecher dann halten sie eigentlich die Spacken äh 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 ja genau ziehen wir noch die anderen rüber sterbe auf jeden Fall oder soll er jetzt nicht gemacht sind so elementar die sind verletzend das ist ja selber äh so ihr braucht immer ein Ziel das so ich finde wenigstens in die Krister zu Ende bringen wäre mir sehr lieb so wenigstens doch schon mal irgendwas hier gebacken in meinem Leben wird sagt ich warte im Dalaran dann auf euch ja 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 warte du mal hier ey Fliege Killer Fliege Hilfe sie greift mich an wo wo das war jetzt nicht wegen der Fliege sondern wegen dem Gegner das ist das ist das so so ich muss auch verkaufen habe ich die Taschen immer so voll die kommt zu er wie hin kommen das steht direkt vor mir das scheißvieh die sollen dann entkommen wir sind kommen guck mich voll doof an scheiß Bugs Juhu! Fertig! Ich komm! also äh ich erscheine so erstmal zurück nach Dalaran Reisen jetzt ist er auch noch äh also ganze 5 Minuten über länger geworden das tut mir super super leid mh super super leid von daher ja wir sehen uns äh in äh im Malstrom liebe Freunde tschüssi äh bis später tschau! 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 tschau!